Ich sage mit dem Zeigefinger, das müsst ihr so und so machen. Das Wichtigste ist, dass die Menschen das Gefühl haben, sie machen etwas, was auch ihnen selber Spaß macht. Und meine Erfahrung ist, in diesem Land, in Deutschland, wenn die Menschen das, was sie in dem, in sich haben, ausleben dürfen, wenn sie Freihaben dafür bekommen und dann, wenn es notwendig ist, auch Unterstützung, dann wird was so. Und das ist das Erfolgsgeheimnis eines erfolgreichen Landes, dass eine Gemeinschaft da ist, die den Talenten, je nachdem, wie sie ausgestattet sind, Spielraum geben, sich zu entfalten. Dass man auch solidarisch ist, denen zu helfen, die vielleicht weniger Kraft haben oder auch Ideen. Dass man eben als Gemeinschaft sich versteht und dann wird man erleben, es geht. Und deshalb bin ich nur so dankbar, dass dieses Land eben diese Solidarität hat. Die Ideen hat sowieso, wenn sie in der Welt herumfahren. Die Deutschen haben einen sagenhaften Ruf draußen, ob als Wirtschaft, ob als Politik, ob als Kultur. Herr Professor Roth ist da, wir waren vor kurzem in Madrid. Wir selber in Deutschland, wir sind ein bisschen kleinmütig. Wir glauben nicht so recht an uns. Ich glaube nicht so. Wir sind das, was wir beim Lauf... Ich glaube nicht so.